hallo freunde der virtuellen realität schön dass ihr eingeschaltet habt ja heute mal direkt aus dem spiel heraus und ich bin in vox machine und es gab ein richtig großes update und darauf haben alle gewartet eine story kampagne und ja ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt der multiplayer war zwar cool aber ich habe mir hier echt auch immer ein story modus gewünscht und ja jetzt haben wir bekommen und ich würde sagen wir schauen uns den mal an wir haben hier zum beispiel die möglichkeit im pilot auszuwählen wir haben ein paar models die wir hier aussuchen können und wir haben leider kein editor das bleibt dann dabei und wir haben hier ja die möglichkeit uns größer oder kleiner zu machen und der kerl hier der macht auch die bewegung die wir machen redet auch wir haben die möglichkeit kopfbedeckungen auszuwählen und auch später freizuschalten wie wir hier sehen aber ich bleibe bei meinem cowboy jihau ok dann haben wir hier ja in den settings haben wir einige möglichkeiten hier qualität video settings dann haben wir das movement können wir uns aussuchen wie wir das haben möchten und so weiter und so fort da möchte ich jetzt auch nicht groß darauf eingehen also einige möglichkeiten haben wir auf jeden fall wir haben hier auch die möglichkeit subtitle einzustellen das mache ich auch weil man eventuell manchmal nicht so ganz mitbekommt was gesagt wird und deshalb lasse ich das an hier haben wir die möglichkeiten die dialoge effekte und so weiter die lautstärke dann einzustellen ja ich habe eben mal ganz kurz rein geguckt und ja ich würde sagen wir schauen uns jetzt mal das intro noch mal an und dann geht es in die erste mission viel spaß natürlich kuck mal nach einer story Eine kleine Miningfirma Um Sachen halt abzubauen Okay, das wird unsere erste Mission auf Topaz Gleich wenn die aufgehört hat zu sprechen, dann erkläre ich euch ein bisschen was hierzu Ja hier sind wir auf Topaz, hier wird schon gut abgebaut Hey Hey Das ist Frank, Horizon Security Commander Okay Die Location von Joe ist auf eurem Radar Also Da ist er jetzt gut So wir sollen jetzt hier, hier haben wir die Karte, hier zu dem weißen Kreis sollen wir jetzt in den gestrichelten weißen Kreis und das machen wir jetzt gleich auch Jetzt erstmal zu dem Mac hier Wir haben hier die Möglichkeit den Turm links und rechts zu verfahren Wir haben hier eine Hupe Hier kommen wir, hier haben wir unser Geschwindigkeitshebel sag ich mal Hier geht der dann vorwärts und hier haben wir auch nochmal einen Rückwärtsgang So, erst nochmal den Parken Wenn wir den Hebel ziehen, dann haben wir so einen Raketenboost und springen so ein bisschen mit dem Gerät Hier ist was wir als Waffe gerade haben auf dem Arm Den linken Arm haben wir jetzt eine Laserkanone Schauen wir uns mal ganz kurz im Cockpit um, aber hier können wir nicht so großartig was machen Ja, hier in meinem Bett schlafe ich immer, ne, wenn ich mal nicht arbeite Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg um Joe zu finden Ich habe diese Mission eben schon mal kurz gemacht und hatte dann das Problem, dass ab einem gewissen Punkt Der die ganze Zeit geschossen hat, ohne dass ich Trigger gedrückt habe und ich hoffe das ist gleich nicht mehr Ich habe dann alle Speicherstände gelöscht, nochmal neu gestartet und ja, jetzt mal schauen Der die Farbe ist in der dringenden Seite in der dringenden Seite des Cockpit Es sieht aus, dass Joe wieder auf dem Job schlafen wird Gib ihm einen Humpen, um ihn zu wenden Keep honking, Pilot Was? Was? Komm, arbeiten Hallo, Pilot Komm Ich war nur für mich sicher, dass dieses Schiff ist stabil, bevor der Transport Du weißt, die Sicherheit zuerst, ist das, was wir immer sagen Genau, Safety first Incoming call from base Hey Pilot This is Frank again Hi Frank Listen, I have reports, your partner Donny has been causing some trouble Would you mind checking on him? Donny is located at our designated mining location We should not have to make a deter Okay, da sehe ich was Da gehen wir dann auch hin Was Donny? Hi Donny Altes Haus Oh, look who finally decided to show up My tardy mining partner I've been working my fingers to the bone thanks to you Daddy Please be more careful with your laser You almost killed me Whoops Ah It was an accident But he totally deserved it An unfall, aber er hat's verdient Ja, klar He was telling me how to do my job You would have done the same thing Why do I have to work with all these people who disrespect me I have a right to blow on things that annoy me I'll show them who is boss The security commander has been informed this incident What in the blazes is Donny doing? Is he attacking the refining station? Okay, I'm not really supposed to do this But I've given you authorization to operate a laser for combat service So, now he is now slightly hindered I've disabled your weapon, sir Just keep following him while I think of something I never wanted this stupid job to begin with I'm only here because I have to do mandatory community service since Apparently ejecting someone out of an airlock is considered murder Well, he is completely correct If I allow you to manage it, make sure he is making sure to make sure he doesn't cause any more damage from the war Don't worry, we will have corporate order to buy him when he is his rampage And you, Frank You are next After I done turning everything to dust out here Ich komme für dich. Ich werde dich sehen, als ich alles von deinem liebten Tee trinke. Ich bleib dran. Ich bleib dran. Für die Liebe der Minimum-Wage-Worker, Donny. Hast du diese Explosion gesehen? Wer braucht die Konflikt-Resolution, wenn du Läser hast? Das sieht schon psychisch aus. Geh das, HR-Mediation! Jetzt hat er herausgefunden, wie die Junk-Jets benutzt. Wenn du noch mit der Gäste-Installation-Brain-Fock hast, werde ich dich auf die Junk-Jets benutzen. Würdest du eine detaillierte Explosion haben? Nein, ich weiß, wie jemand springt. Also es ist dieser Hebel, den muss man ziehen. Skipp. Los geht's. Ein bisschen Fahrt aufnehmen. Und dann... Jump! Hey, Mann! Nicht wie man die Leute zu töten hat. Es war ein Erkrank. All die Trucks waren auch ein Erkrank. Und die Refinition-Station... Warten wir mal. Ich hoffe, ich habe gleich nicht wieder das Problem, dass ich dann hier vernünftig weiterspielen kann. Das ist alles gut. Jeder macht Fehler. Alles, was man tun kann. Alles, was man tun kann. Wir werden eine Anfängerung über die Frage, wie dein Partner's Tardiness so ein schreckliches erschaffen hat. Du kannst uns komplett vertrauen. Geräusch? Das ist so. Warte. Du versuchst mich zu schocken. Du wirst mich einfach gleich zurück in den Schäden bringen. Donny, warte. Ich gehe nie wieder zurück. Na gut, das war gut. Keine Worte. Wir sind zurück auf dem Weg. Reggie, unser Top-Pilot aus der Sicherheits-Team. Er kommt in, um Donny zu stoppen. Hey there, Miner. Thanks for the help, but I'll take it from here. Reggie macht das. Kein Problem, Reggie. You're going to come with me. Okay. You know something, Reggie? I never liked you. Eat plasma, you corporate minion. Oh, ja. Reggie ist raus. Raus können wir hier. So, und jetzt hatte ich das Problem. Ich hoffe, das ist jetzt wieder nicht so. Don't listen to anything, Frank says. He's a corporate shill. Hey. I told you not to listen to him. I want you. Ja, cool. Ich hab das Problem jetzt nicht mehr. Ja. Oh, okay. Ich versuch mal kurz. Ja, ja. Komm. Wo ist er? Wo ist er? Okay. Donnie ist down. You did it, Pilot. You stopped on his rampage. Aber die Maschine ist immer sehr, sehr schnell überhitzt. Fairly scratched your armor. Unfortunately, Union Regulations require you to get debriefed after fighting your co-workers. Make your way to Cassiar Base. Horizons Security Team has docked their dropship there and someone on board will be able to debrief you. I know, it's a drag, but Regulations are Regulations. So, bin ich mal gespannt auf die zweite Mission, weil das war ja jetzt mehr so ein Tutorial hier. So, linker Arm ist beschädigt. Hier sehen wir auch immer den Zustand von unserem Bot. Hier diesen Balken sehen wir, wie weit der Tank noch ist für die Düsen. Ich muss, ich muss wohl sagen, grafisch habe ich auch die Oberfläche und so ein bisschen, alles ein bisschen besser, äh, ja, im Gedächtnis gehabt. So, jetzt repariert mich. Meine AI sieht irgendwie kaputt aus, ne? Scheiß ich mal. Mach die Hände raus? Ja. ich bleib jetzt trotzdem sitzen auch wenn es nicht mein mein stil ist blüe 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 Also man kann mich nicht untersuchen. Aber es sieht doch gut aus. Also die Charaktere sehen auch ganz nett gemacht aus, ein bisschen so Comic-Lookartig. Da haben wir Hallway, Mess-Hall, also Kantine, glaub ich, ne? Der Chef denn, da? Hi. Ich kenne dich nicht. Du bist der Gast, den Nibiru erwähnt hat. Ja, wir sind ein Miner mit Horizon Corporate. Ah, du hast einen AI-Fund, interessant. Ich bin Chef Yasuhiro Kita. Nebiru hat mich gefragt, ob ihr kognitive funktioniert. Ich werde dir eine Reihe von ja oder nein Fragen stellen, um zu entscheiden, ob du aus irgendwelchen Schmerz. Die erste Frage. Hast du eine Schmerz-Allergie? Ach so, ah. Nuss-Allergie? Ich bin mir jetzt nicht sicher, was heißt ja, was heißt nein. Weil das könnte sein, ne, ich bin nicht allergisch, weil der ist ja glücklich und der, ne, ich bin allergisch. Aber gut, ist egal. Wie geht es um Uranium-Tailings? Quick, Reflex-Test! Dodge the knife! Ha! Haha, das war ein Schmerz. Alles klar Pilot, hast du eine Sensitivität zu Gluten? Ich habe die Resultate von deinem Survei. Es scheint, dass deine Erinnerung in guter Arbeit ist. Deine Reflex-Test brauchen Arbeit. Ich werde deine Karte stampen. Nein. Nichts, wenn du ein Essen möchtest. Hinter deinem Weg. Boah, das hat er auch schnell genommen. Zack, zack! Okay. Dann sind wir hier durch, ne? Können wir hier essen? Okay. Hi! Wer solltest du sein? Ich esse. Ja, sehe ich. Was isst du denn? Nein, geht natürlich nicht. Aber wir sind jetzt aufdringlich. Hi! Okay, gehen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist ein unbekannte Gesicht. Hi! Oh, du bist ein Schnäuzer, Junge. Willkommen an. Oh! Zebten her. Oh! Die Karte hat sich gesprungen, wie viele armen. Was ist, dass dein Freund und dein Partner der Reggie attacken? Das war ein ziemlich dramatisch. Anyway. Officer Neberu will ich dich für irgendwelche Schmerzen? Kannst du, bitte, findest du in diesem Raum? und bringe sie zu mir. Du hast jetzt einen Wunsch. Hier. Danke für den Wunsch. Ihr kognitiv und Motorfunktionen seht gut aus meiner Seite. Ich gebe dir meine Stampe von Verwaltung. War gar nicht so klein. Ach, was bist du denn für einer? Hi! Das sieht aus wie eine Ja-Brille. So, du wirst schon wissen, dass ich ein A.I. mit einem Körper bin. Und ich kann nicht das Arbeit von menschlichen Arbeitern und ich kann nicht Pilotbrindern. Klar. Das macht alles einfach. Du siehst sehr smart, Blue. Ich bin sicher, dass du unseren Pilotfreund viel helfen kannst. Ich werde den Pilot in der Manifestation beobachten. Na klar. Okay. Ach, da sind wir wieder hier. Mess Hall. All the way. Jess. Jess werden wir auch noch besuchen. Das war, glaube ich, die, die in der Kantine gegessen hat, ne? Hm. Kann ich dir helfen? Ah, das ist der, der die Geschichte erzählt hat. Hi. Ja, hab ich. Ich bin Shaheen Husseini. Ich bin bereit. 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 Ich habe viel Veränderungen in meinem Zeitpunkt. Ich bin bereit. 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 Was haben wir jetzt? Oh, das ist aber schlecht. Das ist schlecht gemacht. Eine Engine. Waren wir. Crew. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Willkommen zurück Pilot. Ah. Hier. 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 Hier ist überhaupt gar kein Haken dran. Schön, zu sehen. Während du weg bist, habe ich ein paar Papier. Ich bin froh, dass du promotiert wurde. Du bist jetzt ein Vollzeit-Memberer der Horizon-Sicherheit-Team. Ja. Das muss nicht korrekt sein. Ist es ein Problem? Dieser Pilot ist ein Miner. Hallo, was sagt du? Wir haben von Horizon Corporate geregelt, um ihre heutige Produktion zu erfüllen. Na, als wir hörten, dass Reggie in einem vollen Körper zu sein, hat die Corporate entschieden, dass es besser wäre, dass du seine vacanzierung erfüllen hast. Die heutige Produktion wird nicht gewonnen. Die heutige Produktion wird das einzige, das wichtig ist. Oh, mein Gott. Pilot, warum nicht mit Hans wieder zu sprechen? Ich bin sicher, dass er das für dich kann. Hans war im, äh, Engine Room. Der Miner-Code muss mit... Ach, hör doch jetzt auf, Blue. Du, du... ...machst uns lächerlich. Ich hörte, du hattest etwas für mich zu reparieren. Ja, du musst meine Ohr reparieren. Neberu hat gesagt, dass du deine Hilfe mit deinem feinsten AI-Buddy brauchst. Ja. Die heutige Produktion-Quote ist das einzige, was wichtig ist. Oh, ja. Corporate Center ist zu dir, mit all den Default-Sätzen in place. Die heutige Produktion-Quote ist das einzige, was wichtig ist. Ich kann das für dich direkt ausfragen. Ja, mach. Ich brauche nur Blue's Datacard. Kannst du es mir geben? Du kannst es in deinem Bezug finden. Danke. Jetzt, wir schauen uns die Blue's Settings. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ich sehe... Blue hat eine Reihe von Traiten, die unter Werten, Motivationen und Persönlichkeit. Die sind zwischen 0 und 5. Unter Werten haben wir die Corporate Loyalität, die zu 5. Die Superversicherung, die zu 5. Unter Werten, die zu 5. Unter Werten, die zu 5. Unter Werten, die zu 5. Wow. Let's change that, shall we? Let's set all of these to... 1. Easy enough. But now... For personality. Der Scheuze ist der Armer, ey. Junge, Junge, Junge. Empaties, Empaties, Patience... ist... 0. Ich sende sie alle zu 5. Das ist rechtlich, richtig? Oh. AI, Freunde. Sie sind alle aus der Corporate, in der Default-State, um optimisieren die Arbeit der Produktion, aber sie tenden zu sein, ein bisschen... sociopatisch. Und sie sind direkt aus der Box. Es ist gut, dass wir ihn haben. Ein paar Dinge können falsch sein, wenn du eine röge AI in Kontrolle von Dingen hast. Jetzt. Pilot. Es ist wichtig, dir zu helfen, deine AI adaptieren zu den Veränderungen. Dinge werden anders sein. Der Welt wird dein Blu-State sein. Der Welt ist ein Blu-State. Herzlichen Glückwunsch auf die Sicherheit, Pilot. Stopp' bei, irgendwann. Okay. Der Welt ist ein Blu-State. Oh. Blu. Mess-Hall-Hallway-Crew. So. Schauen. Mal wieder zu ihr gehen. Oh. I know that lady. Judging by how quiet it is, I take it that Hans fixed your AI buddy. Hello, member of the Verizon Securities Tour for the AXON. Have you come across Jess yet? I told her that you were joining the security team. She's probably in the Mess-Hall if you want to introduce yourself. Hab ich doch. Jess has been working security for a few years. She's a reliable Pilot. If a bit hot headed. Here no? Oh, engine room. Okay. I think Jess is expecting to talk with you regarding your training. She's probably in the Mess-Hall. Mess-Hall. Oh no. You weren't Reggie's replacement on the security team, are you? Great. I guess that's how Frank gets out of coming back to the security unit. Guess I'm gonna be spending my shift babysitting the newbie. Well, go to sleep. Or whatever it is you do. We have to train you in the morning. You can find your way to your cockpit dock through the lower hallway. I can't believe Reggie got pulverized by some drunk miner. It would be funny if it wasn't so sad. Okay. Lower. All way. Your door has been unlocked. Entering your sleeping quarters will allow you to rest until your next mission. Okay. Ich bin bei Reggie drin. Ah, guck mal. The new pilot to the security team was the most eventful thing that had happened in a long time. Little did we know. That was only going to be the beginning of it. Arid Oasis. Jetzt bin ich gespannt. Gibt's nochmal action jetzt? I will go over the route with both of you, so our new pilot knows what to expect. Thrilling. We are currently stationed at Transport Base Derby. Oh, man. Make your way down the road until you find yourself at Ladner Stockyard. From there you will navigate the terrain until you've reached refining station Pauly. Head down the road from Pauly and keep an eye on the convoys transporting Bellium. Just make sure that their work is going smoothly. Finally, your last stop will be Processing Plant Sullivan. I could do this route with my eyes closed. So don't worry about memorizing it. Just follow Jess's leader. She will be engaged in the patrol. I will not be able to guide you through this mission, but the security commander may provide guidance as needed. You can get to the hangar through the airlock in the crew quarters. Have a good patrol security. Okay. Aha. Muss man jetzt mal wissen, wie's geht, ne? Ah, ist schon cool. So, jetzt können wir uns hier noch den Dings aussuchen. Minigun Missile. Ja. Okay. Den nehmen wir. Modify können wir jetzt auch noch machen, aber lass mal erstmal. So blue. I'm feeling very strange. Before Hans changed my settings, my purpose was clear. I was to assist you in meeting your daily production code. It was the only thing that mattered. Ah, du kannst jetzt selbstständig denken, ja. Blue. But now, I feel like my goals have been obscured. I am having difficulty adjusting to my change of judgment. Please bear with me until I can devise a solution to my problem. Oh, da ist er schon. Well, this is our security patrol. Basically we head down the road and keep our eyes open for any shifty business. Okay. Just keep up, unless you want patrol the last all day. Commander? Frank? We're heading out now. Roger that. Don't forget the radio in at the checkpoints. Yeah, yeah. Oh, da ist die erste Station, wo wir glaube ich hin müssen. Wird alles gut aus, ne? Ja. Hey there, Jess. Hey Neil. How's it going? Oh, we're just transporting Bellium. The usual. Oh, is that the new security team member we've been hearing about? The one who replaced Reggie? Sure is. We're seeing how they can handle the rigorous security patrol. Anyway, we should get going. We have a good shift. Hey Rookie. Since it's your first shift, I'll give you the coveted honor of reporting into Frank. Just radio in and let him know that the first checkpoint is clear. Hello? Hello? This is a check-in. Oh, it's you. Did you want to add anything else? No. Right. Look, just have Jess do the check-ins from now on. Look, just have Jess do the check-ins from now on. When you do them, it makes me feel like I'm being spammed by a regular police police. Oh, mal gucken, ob ich da hinkomme. Well, at least I'm entertained. Ah, doch. Come on, Rookie. Let's go. Noch ein bisschen, bisschen nachjustieren. Und... Oh, you're getting the hang of this. Wait. Who is that? Hello? This is Jess, Horizon Security. Can you identify yourself? No response. Check out your radar. You see that yellow icon there? That means that the hopper isn't one of our guys. If it was hostile, it would show up as red. Pilot, you have not been given authorization to engage that hopper. Cease fire. Pilot, you have not been given permission to attack that hopper. Cease fire now. Okay. Good. I still toggle the scope. Wie war das nochmal? Komisch, der hat sich nicht gemeldet und nichts und da sollte man den auch am besten kaputt machen, oder? Na komm weiter, die Missionen machen wir auf jeden Fall noch und dann beenden wir die Folge hier. Geh auf den Klippen, Rookie. Wir haben eine Patronung zu Ende. Kein Problem, wir kommen, da ist noch ein Ort im Klippen. Oh, da dürfen wir jetzt kein Fehler machen. Ja. Ja. Oh, die Station ist kaputt. Frank? Frank, wir sind in der Nord-East-Refinery und es ist auf Feuer. Feuer? Was meinst du, es ist auf Feuer? Ich meine, es hat kombustiert. Es ist ein Blase. Ein Inferno. Ich könnte weitergehen. Nein. Schau, wir haben gerade zwei wehrte Hoppere gesehen, die nicht lange in den Klippen. Ich denke, sie sind in diesem. Na, nichts Neues, ich glaube. Wenn du siehst, dann sagst du ihnen, siehst du sie in ihren Aktionen, nächste Mal. Frank, du verstehst nicht. Es ist nicht ein Aktion. Und ich denke nicht, dass die Hoppere unsere Crew sind. Ich denke, sie kommen von Pro-Extractors. Jess, für die andere... Pro-Extractors haben die Attacken in, was, fünf Jahren? Explosionen passieren zumindest mal eine Woche. Es ist ein Aktion. Wir senden jemanden, um den Feuer zu beantworten. Wir sehen, dass die Dampf- und Rauchwolken nicht. So. Mal schauen, wann der erste Fight kommt. Ja, ich komm. Bleib mal locker. Ich komm. 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 Okay. Ich komm. Okay. Ich komm. Oh. Okay. Ich sollte nicht schießen. Ja, ja. Ich verliere den schon nicht. Keine Angst. Mit der Flafldrät kommt gut an. Ja, ich habe ihn auch jetzt. Mensch, diese Leute sind so schnell. Bleib mit dem Bordere hundred. Sie spielen. ning zu Ahora. Ich bin mit einem Shuttle. Ich ferm ce much. Mit dir mainst du einen? W 붙inden uns. Dammit Frank, I knew they were up to no good. Come on Rookie, we're taking them out. Okay, ich muss, ich muss ein bisschen einsparen. Okay. 2 zu gehen. Das ist jetzt fast ein fairer Kampf, oder? Naja, die Jess soll sich mal um den kümmern. Wo ist der andere, wo ist der andere? Komm, 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 komm. Okay. Let's concentrate our fire and wrap this up. Okay, okay, okay. Boah, der ist schnell, ey. Ah, ja. Ah. Good job. Ja, nur komplett kaputt, aber ansonsten. Ja, Sir. Ich kann nicht glauben, ihr zwei. Ihr könnt nicht warten, bis ich mein Schiff habe, um eine Waffe zu beginnen. Hier geht's. Schau, ich hab' dir gesagt, dass die Schiffen von Anfang an geändert wurden. Was? Wollte ich nicht meinen Job machen? Geh' zurück zum Hanger, beide von euch. Was auch immer du sagst, Frank. Ich sag' mal, mit dem Frank stimmt was nicht. Wie schnell ist die denn da hingekommen? So, ich krieg' mir ne Punktlandung hin. Das wär' jetzt was. Ne. Aber, immerhin nicht komplett falsch. Okay, Huppe tut er nicht mehr. However, as you are I, I found myself unable to provide worthwhile assistance to you in battle. You didn't seem to need my help at all. Perhaps I am now obsolete. Oh, jetzt repariert man hier mal einen Mac. Also bisher muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Auch wirklich, dass man hier so'n bisschen einen kleinen Storypart hat. Und ja, wie wir sehen. Also irgendwas stimmt mit dem Frank nicht, denk' ich mal. Und das wird wahrscheinlich noch rauskommen. Und man merkt im Spiel halt grafisch auch an, dass es in die Jahre gekommen ist. Das muss man schon sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein cooles Game. Und Grafik ist auch nicht alles. Besonders in VR ist Grafik nicht alles. Und ähm... Ein Story-Modus hat dem Spiel definitiv gefehlt. Ich habe nicht optimiert, um dich zu unterstützen. Ich sollte ein Miner sein. Dann wird alles zurück nach normal. Ja. Ein Story-Modus hat dem Game auf jeden Fall gefehlt. Und ja, ich find's cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was haltet ihr von dem Story-Modus jetzt hier? Habt ihr das schon getestet? Oder habt ihr jetzt bisher nur mein Video gesehen? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Und äh... Ja, wenn ihr gerne mehr sehen wollt vom Story-Modus. Ja, schreibt einfach auch mal in die Kommentare. Dann kann ich eventuell gerne nochmal... Ja, von mir aus auch gerne einen Livestream machen. Ich hab mir gedacht, ich mach jetzt mal ein kleines Video dazu. Und wenn Bedarf besteht. Wenn ihr sagt, boah cool. Etwas gerne mal im Livestream zeigen. Dann ja, einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Ja, wenn euch's gefallen hat. Gerne jetzt äh... Ja, liken und den Abo-Button nicht vergessen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!